so hallo und herzlich willkommen zurück zu divinity 2 developers cut habe jetzt eine weile wieder nicht aufgenommen ja ich weiß ich bin momentan wieder trapped in diesen drei folgen zyklus also ich hoffe ich gucke dass ich jetzt mehr aufnehmen oder jetzt zumindest zwei folgen weil ich werde ich nachher noch rausgehen die hypno hypnero tomachia klinge genau wer kennt sie nicht die haben wir das mal auch geholt und damit ist mein schaden mega gestiegen hat eigentlich schon fast nur gas muss wenn ich das sehe und auch wirklich ip sparen als kinder meiner weisheit das ist halt wobei weißheit brauche ich jetzt mittlerweile nicht mehr so weil ich habe eigentlich den ganzen haufen erfahrung ich weiß nicht ob ich jetzt noch aufsteigt weiß zuletzt ich glaube ich habe mich beim trümmertal positioniert damit ich danach ins trümmertal fliegen kann genau damit hätte einfach gesagt ich mache das jetzt mal wollt ihr das trümmertal ja und jetzt ist dieses unglückselige teil mit nebeln so süß da wie seine seele werde ich dann vergiftet wenn ich dahin komme das macht sie das kämpfen natürlich weitaus schwieriger ich habe schon mal die blitztürme aus hier ist gerne an dieser handzone mehr Oh, Damiens Drachenmörder. Oh, das sind Brutstädte. Dann müssen wir die Türme und sowas ausschalten, damit ich hier so mal meine Ruhe habe. Der Blitstorm will wieder schießen. Hat aber gegen den Felsen geschossen oder mich getroffen, ich bin mir nicht sicher. Äh, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ich konnte hier doch irgendwo, ah nicht, wollte erst mal auf der Map gucken. Da muss ich in der Minen-Eingang, da ist Raions Kommandostelle, aber hier gibt es echt keine Anti-Drachen-Zonen mehr. Vorher war das hier voll, da war es noch mal sehr schwierig, überall hinzukommen. In der Mitte ist noch Lobis-Turm. Oh, Dr. Nadelmann. Nadelmann scheint sich in einem Zustand der katatonischen Benommenheit zu befinden und reagiert überhaupt nicht auf eure Gegenwart. Allerdings ist an ihm etwas anders im Vergleich zu der Zeit, als er noch im schwarzen Eber war, bevor Damian ins Tal kam. Dr. Nadelmann scheint... Nadelmanns Geist ist offensichtlich in einem ähnlich labilen Zustand wie sein Körper. Er denkt an nichts anderes, als daran, in Sicherheit zu sein in seinem geheimen Lager. Merkwürdig daran ist, dass diese Sicherheit scheinbar stark mit seinem Namen verknüpft ist. Er wiederholt immer wieder das Wort Nadelmann. Nein, dem sein... Sein Passwort für sein Lager ist doch nicht wirklich sein Name, oder? Das ist doch irgendwo ein bisschen bescheuert, also wirklich. Das ist genau so, wenn du für irgendwelche Accounts, die du hast, einfach deinen eigenen Namen als Passwort nimmst. Oder deine Nickname, so. Das würde ich für manche Sachen einfach Mr. Asker nehmen, als Passwort. Oder in dem Punkt Mr. Asker 70, weil dann ist das Passwort sicherer, weil ja eine Zahl dabei ist. Und jeder Idiot könnte es am Ende dann knacken, weil das ist wahrscheinlich das Erste, was man eigentlich ausprobiert, so. Lässt sich nicht bewegen. Oh, ich kann in Lovis Riss, kann man gar nicht mehr reingehen. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Ich muss mein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich... Wie bin ich denn hier gelandet? Das sieht mir aus wie Stones fliegende Festung, oder? Es ist Stones fliegende Festung, glaube ich mal. Ja, da hinten ist dieser Ding, ähm... Da ist der Generator und so. Ja, das ist Stones fliegende Festung. Lässt sich nicht bewegen. Nadelmann. Willkommen in eurem Lager, Nadelmann. Das finde ich so lustig. Hübsch. Und nimm Schlüssel. Hübsch. Hm. Verschlossen aber sind interessante Bilder. Von so einem dunklen Ritter, von einem... ...Panadin oder so, der irgendwo entgegen reitet. Durch das Gandalf. Ein Stab und ein Schwert in der Hand. Ein weiterer Gegenstand für Mann. Das könnte Gandalf sein. Kann aber die Harfe auch nicht spielen. Das finde ich schade. Ich sehe jetzt echt nicht... Cembalo. Ähm... Ähm... Okay. Ähm... I guess... Wo wäre hin? Noch ein Schlüssel. Gibt es denn einen versteckten Schalter oder sowas? Was? Weird. Das ist so weird. Das ist einfach weird. Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Autsch. Gäterohr Autsch. Gäterohr Autsch. Ja! Hier ist es doch... Oh, unbarmhäurig gewöhnliche, schwere Mitrilax, Smarkelbrief. das zwölf magie schaden wieso nicht 100 magie schutz 11 aber der vergeltung 30 prozent das hört sich auch recht gut an es hört sich recht hoch an wenn ich glück habe es ist sogar ein schubelzehner weil die sphener verzauberung sind da jetzt auch nicht so krass er kann jetzt die neuner nehmen die kostet mich weniger sind bei weitem genauso effektiv hier kann ich mich nicht in einen drachen verwandeln das ist nur so ein kleiner posten hier ist eigentlich nichts außer natur hier kann ich mich nicht in einen drachen verwandeln ich war überlegen ob ich mir nicht sondern dragon hat auch in den sie mal basteln als für die kampagne also für die avernus kampagne als als npc muss aber bloß auch überlegen wie ich das mache weil es ist schon sagen wir es ist schon schwierig du zu bauen die sich hat einfach in den drachen verwandeln kann einfach so und was wir für eine klasse dann ist hätte tatsächlich vielleicht gesagt ich nehme einen saucer eventuell einen draconic saucer und dann multi klasse noch irgendwie so viel in den fighter oder so das würde schon sinn machen eigentlich oder man nimmt einen fighter der wird dann zum eventuell schneit und mutiklas dann vielleicht noch irgendwas anderes da kann man aber tatsächlich eventuell hier die ähnliche geschichte nehmen weil das ist halt so eine coole geschichte eigentlich so für so also allgemein von einem setting warum auch für so einen rollenspiel charakter wo man ist quasi heute sondern im geheimen orten an drachen tötern an und dann bekämpft man den drachen der drache tötet alle bis auf einen quasi aus dem würdigsten von allen oder der der die zwei der eventuell am 2 der einzigste typ ist und zwar leicht am zweifeln ist ob das so richtig ist und dann dann wird er von dem drachen konvinz so auf die seite zu kommen quasi ein weiterer gegenstand für meine sammlung und dann gibt ihm quasi diese gabe so dass er dann der herr rollt wird und dann eigentlich damit zeigt dass die drachen eigentlich nicht böse sind und zumindest dass auch drachen gibt die nicht böse sind so es gibt natürlich durchaus auch drachen sie wahrscheinlich böse sind vor allem in die in die so wie die von wie wie zum beispiel tiamat jetzt auch nicht so dieses positive beispiel ist das positiv das beispiel ist was es so gibt es gibt auch diese karten sind den ganzen anderen gibt 1000 anregen von diesen art strakes irgendwie jetzt alle eigentlich freundlich sind außer tiamat ist böse ich kann ein bisschen ich glaube hier ist keiner mehr kann ich auch wieder gehen hier kann ich mich nicht in einen verwandeln und fliegen wir schon nach der drüben und weil man da mal mit auf dann gucke ich mal dass ich in die dass ich meine die mine schafft aber vielleicht war ich die mine auch als letztes wenn der mine sind die ganzen krassen so viel ich mich erinnern kann aber auf stufe 30 oder so war da schon ein bisschen krasse unterwegs aber dasselbe habe ich auch von den anderen gesagt ja mal Ah! da komme ich war nicht rein okay da bräuchte den schlüssel dafür aber ich habe den eingang schon mal gesichert ist ja auch nichts schlechtes noch welche aber ich kann es in den minuten gehen dort wo ich vorher noch nicht rein konnte zwecklos ich muss zu fuß weiter also da kann ich mir aber verwandeln was die geräusche das war wieder eine mücke in meiner nähe ich habe vorhin schon eine getötet die sind um mich herum geschwirt ich muss ein heilmittel finden dieses jetzt steht auch keiner los ich muss zu fuß da war ich schon drin wie die immer da unten in das gift fliegen warum die behinderte oder was normalerweise war ich da hinten bei der kommando zentrale war hier eigentlich ein drachenschild und hier war auch ein drachenschild und hier war ein teleporter womit ich irgendwie nach dahinten dann gekommen bin weil hier war sondern eben so eine barriere wo ich nicht durchfliegen konnte und die konnte ich dann irgendwie da hinten ausschalten aber musste ich von hier aus erst mit dem teleporter da durch also da bin ich dann falls doch seine zwischen ebene in der feste gekommen würde ich da hingekommen womit ich wiederum da reingekommen bin damit ich den schild ausmachen kann dann gucken ob das immer noch gibt oder ob das einfach überflüssig ist ich fand das ich verstehe das nicht wieso die das rausgenommen haben das fand war halt weitaus cooler wenn man halt sich denken dass okay ich komme da jetzt nicht weiter ich muss dann hier die gegend absuchen was man ja so oder so tut er trifft die doch nicht warum die sind tot so habe ich noch ein paar sachen geklärt oder zumindest einfach nur ein paar leute nachgeschrieben ich muss zu fuß weiter oder ist wieder ein zeppelin jetzt werden immer so viele zeppelin ich habe geschossen dachte mir die sind so krass okay gut wenn die goblins da war es ja klar sagen wir sagen wir sagen so da war es ja da war es ja klar wiederum dass sie den zeppelin abgeschossen haben weil da haben die ja gesagt oder hat der petzeug gesagt die wussten ja die haben ja auch die wichtigen teile geschossen da kann man schon verstehen das war es super 5 he havia man doit i habe ich den jetzt rausgenommen nein ich habe noch nicht ausgenommen jetzt ist er auch am max das tempel da kann ich nicht mehr rein wenn er darunter verdient tot kann ich dadurch oder ist auch die jetzt diese unsichtbare barriere ich wurde vergiftet die wutstätten dann gucke ich bin der erst mal an ich habe schon den zwischenland und mich heilen ich habe schon ich habe schon ich habe schon